Scheiße! Boah, wäre das geil gewesen, wenn ich die eh noch richtig gemacht hätte. Sad Team. Junge, du bist 10 Mal gestorben als Jenna. Ich bin hardstuck, Chat. Ich bin hardstuck, Platin 1. Ich gewinne die Games nicht mehr. So, jetzt kommt ein Banger-Game, Chat. Oh, Cassio, okay. Cassio kriegen wir hin. Dann gibt es Kiana-Legende. Ich traue mich noch nicht so ganz dran, muss ich sagen. Okay. Oh, hier ist was. Nein. Oh, ich bin nicht geflasht wegen dem Jasma. Lol. Ich wollte auch flashen, aber ich konnte nicht. So, den hätte ich einfach gewasted. Geil. Ey, komm. Javan, are you okay? Ich hoffe, es ist einfach recalled. Na gut. Level 6 ist das Time, guys. Oh, nice, Botlane. 1 CS nur hinten. Das ist ganz geil eigentlich. Die hat auch kein TP, ne? Das heißt, sie ist jetzt stuck mit Romana hier. Maxi ist Level 6 geworden. Junge, die baut sogar fucking Magic Resist. Wie kann man denn so Beta sein? Muss sie auch den kriegen, sonst... Okay, das war... Das war obvious, dass das passieren wird. Ich dachte, sie hat keinen Flash mehr. Shit. Jetzt wird es ein bisschen eklig für mich, wa? Popi und Kassio wird für mich auch kein Spaß nachher. Exhaust raus. Oh, der ist sehr, sehr wichtig. Oh, das ist so viel Gold für mich, holy shit. Alter, ich bin so gefiedelt jetzt, holy shit. Ey, ist eigentlich auch wieder ein Rift-Maker-Game, oder? Wenn man komplett triadet. Oh, mein Gott. Als ob ich da noch in Tower-Range bin. Und also, warum wurde ich denn da schon gecancelt? Ich bin doch direkt wieder raus. Ich wollte nur ihre Web-Procken. Oh, Mann. Naja. Lass die nochmal One-Shotten, die Kassio. Ich habe Ignite Up. Die liegt jetzt gleich. Schade, ihr holt nicht mehr ganz geside-sept bekommen. Ich war gerade am Drehen. Oh, nein. Es riecht nach leichter Jungle-Diff, das Game, ne? Oh, den Kennen nicht bekommen. Junge, benutzt er sein Schild nicht, oder was? Dü, 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 dü. Oh, ich habe nicht gewonnen, Schild bekommen. Fuck, so close. Bin ich aber auch schon wieder sau-fett, oder? Mann. Ich habe Bock, die Sender mir zu schnappen. Na komm, schnappt euch die Wave. Wollen sie nicht. Oh, mein Gott. Das wäre so geil gewesen, das Play. Schade, schade, schade. Macht der Olaf da eigentlich oben? Olaf-Dinge. Oh, die Sidesteps waren aber gerade geil auf den Tarm, Alter. Und auf die Cassio. Junge, die hat Gargoyle. Keine Ahnung, dass ich hier nichts dauernd kriege. Ich glaube, ich kann die ohnehin tun. Scheiße, boah, wäre das geil gewesen, wenn ich die eh noch richtig gemacht hätte. Boah, das wäre so ein cooles Play gewesen. Boah, ich liebe Akali. Das macht so Spaß, Leute. Ah, schade, Game schon vorbei. Das hat Spaß gemacht, Alter. Das war schon wieder. Geile Games, die machen richtig Bock gerade. Das war schon wieder. Nice. GG. Boah, das hat richtig Spaß gemacht, Alter. Geil. Noch eins. Komm. Gib mir die Sucht rein. Oh, Akali band, Leute. Oh, oh. Dann müssen wir Seth oder Irelia auspacken. Oh, gegen Kiana. Irelia ist ja auch band. Dann bleibt ja nur Seth über. So. Das hätte meine Kiana sein können, Shaddo. Deswegen spiele ich sie nicht. So ein Moment, wo ich keine Lust hätte mehr zu spielen. Okay, das nenne ich mal einen leckeren Back, oder? 35 Farms, zwei Kills. Erste Back. Ah, schade. Wie reagiere ich jetzt so dazu? Ich muss doch jetzt die Wave clean, bevor ich hinterher roben kann. Ich kann doch nur meiner Bot Lamping, dass sie safe spielen soll, oder? Weil er über ihr, die kann ich ja einfach... Wie sie killen. Kiana müsste ich eigentlich auch mal lernen noch. Aber ich wüsste nie, wann ich lieber Kiana anstatt Akali da sitz spielen würde. Ich habe, glaube ich, immer mehr Bock auf einen von den anderen. Irelia zum Beispiel spiele ich auch super gerne. Boah, das war nochmal lecker... Lecker Gold, Alter. Ich bin ja jetzt so turbo gefeedet. Ich könnte das wirklich spielen, aber ich kann das aufräumen, oder? Ja, geht's ihm gut? Was macht er? Mit Z-Farmen ist so viel geiler als mit Akali, ne? Einfach nur die Raptor-Camps one-shotten. Ich muss nicht mal ulten. Hihi. Oh, ich habe mich nicht durchbekommen. Oh, der Blue-Buff wäre so geil, wenn ich den kriege. Ah! Danke. 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 Beschwind die Bus. Sammelt Z-Snowballen ist irgendwie noch einfacher als mit der Kali, finde ich. Ja, ich probier's, Brudi. Wir haben aber auch ein echt scheiß Team gegen mich. Jetzt kommt gleich der Nächste und denkt, ich hab keine Ultime und dann kill ich den auch noch. Ja, er hier. Ich hab ja schon 1200 Gold mit First Strike gemacht, ne? In der 20. Minute, das ist auch crazy, ne? Weil First Strike ist so eine brokene Rune irgendwie. Ich will auch was abhaben vom Spaß. Freunde, ich komme. Boah, Junge, ich spiel ja echt geil gerade irgendwie, ne? No. Hat der mir jetzt den Bluber weggenommen, der Schlawiner. Boah, Junge, die hab ich gehopst. Boah, Junge, die Kiane holt am Nexus, hab ich den killt. Boah, das hat richtig Spaß gemacht, Alter. Holy shit. Ja, mit so viel CDR ist crazy aufs Set. Nur gute Games, die macht echt alle Bock bisher. Junge.